Hier sind wir im Rio Hotel Costa Lago, das ist direkt hinter dem Wellbleyer zum Strand, 350-400 Meter würde ich sagen, ist hier direkt an einer befahrenen Straße und wir werden uns jetzt das Hotel mal anschauen. Hier seht ihr es von außen. Ich bin der Hubert, ich führe euch jetzt durch das Hotel und ich hoffe, ihr habt viel Spaß auf weitere Videos. Einfach unten auf Abonnieren drücken und dann seht ihr die weiteren Videos. Bis dann, euer Hubert, tschüss. Hier haben wir dann die Halle. Hier haben wir die Bar. Abends auch wieder mit Showprogramm hier. Schön gemacht. Ganz toll. Matthias, vom ersten Eindruck her, wie gefällt es dir? Das Hotel hier gefällt mir richtig gut. Es ist auch super zentral. Das ist das Nachbarhotel hier vom Rio Bell Playa. Und ja, superschön und den Rest zeigen wir euch gleich. Auch modern eingerichtet, finde ich, oder? Es ist ganz anders. Hier oben ist dann der DJ. Schön gemacht. All inklusiv, spätfrühstück. Das gleiche wie überall. Und hier kann man hier draußen sitzen. Hier sind die Zimmer. Und hier vorne ist das Rio Bell Playa. Das ist direkt weiter dran. Und dann kommt der Strand. Ist halt in zweiter Reihe. Das ist halt der einzigste Nachdach hier. Aber dafür meistens etwas günstiger. Hier sehen wir den Pool. Die Linie. Ein super schöner, angeregter Garten. Ein super schöner, wie man sich das so ausüben kann. Das Buffet ist jetzt leider schon fertig, das Frühstückbüffel. Hier gibt es weiter. Alles, was von mir ist. Vollkommen. Weil wir, Olaf, Fahndler. Hier wird auch. Hallo. Sorry. Kleinen Moment. Wir sind vor dem Reisebüro. Ach so. Wir filmen gerade bloß schnell durch. Ja, aber jetzt ist alles... Ja, wir wissen es, aber wir sind jetzt nur da. Wir sind im Nachbarhotel. Danke. So ein bisschen kleinere Zimmer, wie bei uns. Aber auch einen schönen Schwamm gemacht. Ganz toll. So, hier sind wir im Bad. Und jetzt müssen wir vor allem den Schlüssel reinstecken. Dass es angeht. Schöne Badewanne. Toilette, WD. Und eine ganz tolle Badewanne. Trommelhaft schön. Super. Füllen direkt am Spiegel. Das ist auch ganz toll. Wenn man sich hören kann. Bassierabellat. Fernseher. Macht alles. Und hier ist ein Bonibar, wo man selber was Wasser kriegt. Man hat eine Rezeption beim All-Inklusiv und kann es dann reinstellen. Und jetzt, wie ist dein erster Eindruck vom Modell? Mir gefällt das Zimmer und das Hotel sehr, sehr gut. Wirklich traumhaft schön. Und ja, die Zimmer sind total schnuckelig, weil sie klein aufgeteilt sind mit Wohnbereich und Schlafbereich. Ein super schöner Pool. Kinderbecken, den Diedel, wo man leben kann. Und hier, man läuft nur die Straße vor und hier vorne ist dann direkt das Meer. Hinter dem Rio Bell Playa, das ist direkt da vorne. Da ist man dann direkt am Meer. Man hat hier sogar mehr Blick von den Zimmern her. Ist auch schön, wenn man in zweiter Reihe ist. Und für Kinder und Babys geeignet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.